So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses der Dicke eine neue Folge, Pokémon Go eine neue Folge, Max Out Monday und was noch alles dabei. Mewtwo ist immer noch in den Raids. Mewtwo, morgen wieder Raids für Zuschauer ab 18 Uhr. Kann ich schon mal ankündigen, ich werde morgen nämlich auch wieder mitmachen, obwohl ich ja meine Ziele alle erreicht habe, könnte jetzt schon alles maxen. Aber ich will noch warten, bis Mewtwo weg ist, bevor ich überhaupt irgendwas maxe. Wer weiß, was noch passiert. Und Mewtwo, Raids sind eine gute Gelegenheit, natürlich auch mit meinen Freunden zu interagieren. Jetzt, Max Out Monday, ihr wisst ja immer, wir gehen da immer hin. Unter dem Max Out Monday Video stehen immer Vorschläge, was ich maxen soll und was ich mal maxen könnte. Und falls das passt, ich ein 100% habe von eurem vorgeschlagenen Pokémon plus genügend XL, dann versuche ich das zu maxen. Ich fange mit einem eigenen kurz an, das Titel Pokémon für diese Sendung. Und das ist diesmal hier Pam Pam. Habe ich ja zu 100% letztens gebrütet aus dem 12km Ei. Gibt es ja nicht wild. Deswegen gehen wir mal ganz kurz hier rein. Machen wir mal vier Sternchen. Muss ich mich wieder umgewöhnen hier, wegen dem Dings. Wo ist denn das Unzeichen? Und, pass auf Pam, den musste ich ja als Buddy nehmen. Und wenn ich Buddy habe, dann 32 Unlicht-Pokémon fangen, dass du den entwickeln kannst. Er hat so eine bestimmte Entwicklungsaufgabe. Jetzt möchte ich trotzdem den erstmal hier powerupen. 296 XL, die sind mittlerweile durchs viele Brüden zusammengekommen. Und dabei eben auch das 100er gekommen. Deswegen finde ich den so speziell und so besonders. Und weil ja der Trikephalo, beziehungsweise Capuno, C-Day war. Und ich durch den C-Day es geschafft habe, dass ich das jetzt entwickeln kann. Da ich ja die Unlicht-Pokémon gefangen habe. Ist das jetzt abschließend zum C-Day mein Pokémon. Was ich zuerst max. Wir müssen es natürlich noch entwickeln. Entwickeln einmal Pam Pam zu. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Pandagro. Es gibt so viele komische Bären. Relaxo zum Beispiel. Relaxo ist kein Bär. Nein. Pandagro, Ursaring, Siberio. Alles dicke, fette Bären. Der ist jetzt hier auf 3.281. Ich finde das richtig genial. Der kriegt natürlich auch hier den Tag dran. Den Level 50 Tag. Und ist jetzt neu in der Sammlung bei den Level 50er Pokémon. Jetzt gehen wir einmal zurück. Und hier werden wir jetzt eingeben natürlich eure Vorschläge. Dazu gehe ich auf das Video von letzter Woche. Wir sortieren wieder nach neueste zuerst. Gehen ganz nach unten und fangen mit dem allerersten Kommentar an. Und schauen mal, was hier steht. Da ist der Lennart. Ach, der Lennart. Was liebe ich doch den Lennart. Make the Farb-Eagle-Mantax-Icognito-Vipitis. Vielleicht sollte ich mal einführen, dass man pro Kommentar nur einen Vorschlag abgibt. Weil das sonst einfach total dumm ist, wenn einer 10 Stück schreibt. Und dann 6 Mal drankommt. Und der Zweite hat gar keine Chance. Farb-Eagle. Er probiert es immer wieder mit Farb-Eagle. Wir haben ein 100er. Wir haben aber noch nicht die XL voll. Den Rest habe ich mir nicht gemerkt. Man-Tax-Icognito-Vipitis. Icognito wäre auf jeden Fall auch sehr nice. Sogar 200er jetzt. Aber keine XL. Wie Pitis. Haben wir ja, glaube ich, letzte Woche schon gezeigt. Dass da auch die XL fehlen. Acht Stück. Hat da wieder nicht aufgepasst. Hat die Sendung letzte Woche gar nicht geguckt. Das war nämlich vorgeschlagen. Da hat man das schon gesehen. Also der schreibt einfach nur wild Kommentare, ohne was zu machen. Man-Tax-Hammer. 298. Man-Tax würde funktionieren. Verdammt, jetzt hat er Lennart auch noch einen Hit. Denn ich versuche immer 6 Pokémon zu maxen. Eins von mir, 5 von euch. Das ist Man-Tax ab 2383. Ob das jetzt gut oder schlecht ist. Es ist eigentlich... Ich glaube, es ist halt Man-Tax. Ich glaube, damit macht man auch nicht wirklich was. Man-Tax gemaxed. Lennart. Black Trains. Kannst du mal ein Ditto maxen? Bei Ditto weiß ich gar nicht. Also auf Level 40. Hatte ich auf jeden Fall schon eins. Wie sieht es aus mit Level 50? Da fehlt noch was. 176. 296. Ditto kann ich also noch nicht. Da fehlen XL Lost Lift. Habe eigentlich auch das Video mit allen 50ern geguckt. Aber kann mir das genauso wie Jenna nicht merken. Deswegen hier mein Vorschlag. Mystic 7. Okay. Wir maxen einfach den Mystic 7 und suchen mal nach dem Mogelbaum. Mogelbaum ist schon auf 50. 2428. Sollen wir den jetzt Mystic 7 nennen? Ne? Ne? Ne. Balou. Pandagro. Rasav. Gerard Dax. Blue Bella. Pandagro. Hm. Ist das nicht das Ding, was wir eben gemacht haben? Pandagro? Hey. Balou. Dein Vorschlag hat gezählt. Guck dir das an. Rasav. Gerard Dax. Ich glaube Rasav haben wir auch schon mal gemacht. Oder? Rasav ist auch auf 50. Gerard Dax. Ist nicht auf 50. Kommt aber hier auf 50. Damit ist Balou auch fertig. Den Rest gucke ich mir gar nicht an. Ein Ding von Balou ist auf jeden Fall durch. Tag. Level 50. Gerard Dax mit 1879. Was ein Brummer. Und er schätzt ihn nicht. Und er schätzt ihn doch. Das war der zweite jetzt. Noch drei Vorschläge. Twix OG. Bitte max mal ein Bidiza oder Bidifass. So. Bidifass ist auf 50. Fertig. Weiter. Christina Bonsag. Schanera und auch das Bonsag nennen. Laut den Spielregeln max man natürlich nicht die Vorentwicklung, sondern die Weiterentwicklung. Und erst wenn man gar keine Vorschläge mehr hat, dann fängt man an auch Vorentwicklungen zu maxen. Da wir ihr es ja gemaxed hatten, ihr Heiterer, mache ich jetzt nicht einfach Schanera, sondern gucke, ob jemand was anderes noch hat. Weißt du, was gut ist? Ich lerne die WP kennen. Ja, das ist auf jeden Fall gut. Maurice Vasi wäre für irgendeinen Fossil-Pokémon, welches du noch nicht auf 50 hast. Jetzt könnte ich sagen, da steht ja gar kein Vorschlag drin, aber komm, ich weiß genau, was ich mache. Und zwar, wir gehen mal zu Aero-Kack-Sprühl. Denn ich habe jetzt endlich die XL-Bomboms zusammen, um auch das Aero-Kack-Sprühl auf Level 50 zu pushen. Das hat die ganze Zeit gefehlt. Und ich versuche immer, jedes Mega-Pokémon in 100% Best Buddy und Level 50 zu haben. Und jetzt kann ich hier auch endlich Level 50 Batch dran machen. Das Kack-Sprühl hat es jetzt auch erreicht. Level 50 und noch 18 Bourbons übrig. Also eigentlich hätte ich sagen können, da steht kein Name. Wir sind jetzt hier nicht bei Wünsch dir was. Aber hat dazu gepasst und dann haben wir das auch mal weg. Wie bekommt man Lucky-Pokémon? Anego bitte oder Weberack oder Ditto? Anego habe ich keinen 100er und keine XL. Ditto haben wir schon gerade geguckt. So, und das andere habe ich schon wieder vergessen. Was? Weberack. Weberack wissen wir ja, dass man zu Ariadus geht und guckt, ob man den maxen kann. Und ja, man kann Ariadus maxen. Also Ariadus Level 50 2003. Wie viel waren das jetzt? Wir haben... Wir hätten drei gebraucht. Maurice, wir hätten noch zwei gebraucht. Der Profi, wir brauchen also noch einen. Eins. Fehlt noch. Eins fehlt noch. Und dann sind wir durch. Kai. Kai. Putsch. Golgandus oder Phenexes. Wäre cool. Golgandus habe ich, glaube ich, keinen 100er, oder? Doch, Golgandus habe ich einen 100er. Aber keine XL. Phenexes. Was ist Phenexes? Was ist Phenexes? Was ist Phenexes? Sag mal so. Sag mal so. Fertig. Ist das die Vorstufe von Primarene vielleicht? Dann haben wir ja Primarene auf 50. Anders könnte ich es mir gerade nicht erklären. Tobias Denkhaus sagt Relaxo. Relaxo ist auf 50 mit 100%. 3.647. Wir brauchen immer noch eins. Nono, gerne Groudon oder Dragoran. So, Dragoran. Gucken wir mal nach Dragoran. Dragoran, nach WP sortiert. 4.2, 4.2, 4.2, 4.2, 4.2. Ja, die sind leider schon auf 50. Ich muss dich wieder enttäuschen. Nono, das Groudon muss ich mir aufheben als Titel-Pokémon. Diese Woche hat es nicht reingepasst. Beste Grüße an Nono. Lass dir es gut gehen. Alles gut. Nick. Moin. Meine Vorschläge sind heute Ramaydon, Cedra King, Ariadne. Yardos Toxicac, Aeroptics. Ramaydon, Cedra King. Ramaydon dürfte auf jeden Fall schon sein. Da. Ramaydon, Cedra King. Cedra King ist nicht. Können wir aber machen. Und dann haben wir es nämlich geschafft, weil das ist der letzte Vorschlag. Ich glaube, Nono fühlt sich mittlerweile betrogen. Level 50, Cedra King, 2986. Und das dürften alle jetzt gewesen sein. Grüße gehen trotzdem raus an Jay Batar, an Alan Gramann, an Jonas Zockt, Janis, Benjamin Engel, Sondengänger, Manuel Grabez, YouTube-DJ, Bear Bear, Genaya, Senpai, also 77. Senpai, Lukemon Go, Pok-Nur. Auch wenn es eure Vorschläge jetzt nicht reingeschafft haben, weil ich meine sechs Pokémon schon voll habe, zweifelt nicht an euch. Versucht es einfach nochmal. Schreibt bitte wieder Kommentare unter dieses Video. Diejenigen, die jetzt dran waren, die haben wahrscheinlich eh keine weiteren Ideen. Und diejenigen, die das zuerst hier gucken, die können zuerst auch wieder Vorschläge abgeben. Ich suche wieder ein Pokémon, was ich maxe. Von mir aus. Nächstes Mal wird es sich wahrscheinlich alles um Mewtwo drehen. Rüstungs-Mewtwo und so. 100% Level 50. Das wird auf jeden Fall fett. Aber ich suche auch wieder fünf Vorschläge aus der Community. Also schreibt Kommentare. Was ist euer Lieblings-Pokémon, was ich mal maxen soll, falls ich es noch nicht habe? Oder was für Pokémon interessieren euch noch zum Maxen? Schreibt alles rein. Kyokre, Groudon, Mewtwo, die kriegen alle extra Folgen. Also werden alle einmal im Titel stehen. Die drei braucht ihr nicht vorschlagen. Ansonsten lasst eure Fantasie freien Lauf. Wir sehen uns heute Abend bei Chill mit Ramses ab 20 Uhr. Und da wird dann das zweite Mal der Level 46-Account verlost. Weil es beim letzten Mal der Gewinner ja verschwitzt hat. Und seinen Trainernamen im Gewinner-Kommentar falsch geschrieben hatte. Und das nicht übereingestimmt hat. Und wir im Endeffekt dann jetzt also nochmal verlosen müssen. So. Peace out Vorhaut. Euer Ramses. Und schönen Montag.